Hallo, da bin ich wieder. Ja, ich habe euch versprochen, dass ich versuche, so viel wie möglich abzudrehen, während die Aktion noch läuft. Sie läuft ja nur noch bis zum 20.8., aber wir haben so selten Aktionen im Jahr, deswegen habe ich das versucht. Heute ist unsere Linie dran, die extrem, also von den harten Gehlen, also die sind sehr, sehr widerstandsfähig, sehr hart im Nehmen. Sie sind Fieberglasgele, wie oft behauptet wird, also sie sind alles in einem, sie haben einen minimalen Säureanteil. Ah, sie sind einfach traumhaft. Wir haben sie schon von Anfang an, aber wartet, ich erkläre sie euch. Als erstes das Wizard Diamond, ein glasklares Gel, was so im mittelviskosen Bereich liegt. Ihr seht auch die Viskosität immer schön, wenn ich das Gel aufnehme. Das ist also, heute sind es wieder 30 Grad, dadurch wirkt es ein bisschen flüssiger, aber wie gesagt, es ist so mittelviskos. So, ich streiche das hier auf, absichtlich, damit ihr mal seht, wie toll sich das glatt zieht, von ganz alleine. Man muss nichts machen. Wichtig ist bei solchen Fieberglasgelen, dass ihr, wir haben die extra so konzipiert, dass sie ohne Fasern sind, dass ihr sie dünner auftragt. Sie sind sehr belastbar, sie sind sehr belastbar und bitte tragt sie dünner auft, sonst entwickeln sie Hitze. So, natürlich machen wir auch den Glittertest, aber guckt euch mal, ne, schon den Tipp an. So, da habe ich heute den Fashionista 55, den finde ich so toll. Oh, ich trottel, da habe ich in den Tipp rein dann das Glitter ab. Also, ich wollte es nur abklopfen, muss ich erst mal säubern. Ne, ich bin gleich wieder da. Kann nicht wahr sein. Wie kann sowas passieren? So, ich habe es so gut es geht ausgesäubert. Ein bisschen was klebt noch dran, könnt ihr sehen. Aber es ist trotzdem ganz gut gelungen. Es sind nur noch so ein paar Pünktchen zu sehen. Mir geht es ja darum, dass ihr seht, wie glasklar das alles ist. Wenn ihr dort dann quasi das Gel drüber aufbaut, dann macht es bitte so, dass ihr es wirklich dünn aufbaut. Ihr seht das jetzt hier. Das sieht jetzt so ein bisschen merkwürdig aus, weil ich schräg über der Kamera quasi, also die Kamera ist so seitlich, also ich kann es euch gar nicht erklären, aber so merkwürdig arbeiten muss. Ich sehe kaum was und deswegen sieht das jetzt so aus. Aber schlussendlich zeigt es trotzdem das, was ich zeigen will, nämlich, und man sieht es auch hier, wie dünn ihr es aufbauen sollt. Und ganz, ganz wichtig, es ist glasklar danach. Kein Glitter trübt einen nichts. Ihr könnt das sehen, wie toll dieser Mega-Glitter aussieht. Ja, also brauche ich nichts mehr zu sagen. Wizard Rosé, das habe ich euch schon ganz genau vorgestellt in unserem Haftgel-Video. Warum? Weil das auch als Haftgel von ganz, ganz vielen Kunden verwendet wird. Es erinnert an ein ganz tolles Haftgel, was es früher mal gab. Gut, die ganz Jungen werden das nicht mehr wissen. Die Älteren werden es erkennen. Wir haben das nachbauen lassen, weil das ganz, ganz toll war. Und wie gesagt, es wird brechend heiß, wenn ihr es zu dick modelliert, das dürft ihr einfach nicht. Es ist aber auch nicht notwendig. Man kann das wirklich dünn modellieren. Es ist auch bei diesen Gelen so, dass ihr in der Mitte so eine kleine Mini-Wurst, aber da aufpassen, dass die wirklich dünn ist, auftragt und sie dann zur Seite entweder langsam auslaufen lasst oder mit dem Pinsel so leicht in die Seiten verlaufen lasst. Ganz, ganz einfach. Also alle unsere Gele sind da wirklich einfach. Und dann seht ihr jetzt hier, es ist eine minimale leicht Rosé-Eintrübung, aber fast kaum sichtbar. Also es deckt nur minimal so dann die Naturnagelunebenheiten an. Was der Gegenpart dazu ist, ist das Hard Stroke-Gel. Das seht ihr jetzt hier schon. Das ist so zäh, dick, viskos. Und selbst jetzt heute bei 30 Grad geht es mal gerade von dick bis mittel. Das ist nämlich ein Streichgel. Keiner bringt das heute mehr raus. Wir sind diejenigen, die es gemacht haben. Und das ist jetzt schon seit fast sechs Jahren mega erfolgreich. Ihr könnt nämlich dieses Gel streichen. Ihr seht das nämlich jetzt hier. Ich will euch das... So solltet ihr es natürlich nicht machen, ne? Das ist jetzt nur mal, dass ihr seht, wie zäh sich das verhält. Ganz, ganz toll. Das ist nämlich schön. Ihr könnt das schwebend aufstreichen. Das ist wirklich wichtig. Denn so erhaltet ihr schön stabile Nägel dann. Und ihr könnt streichen. Das ist gerade für Leute... Ja, man muss es mal so sagen, wie es ist. Die keine Überlängen zum Beispiel haben. Und gerne ein Streichgel auftragen möchten. Aber wie gesagt, mit dem Gel sind sogar schon Stilettos gemacht worden. Nur da müsst ihr dann auf Statik achten, ne? Ganz, ganz wichtig. Aber auch hier bitte dünn modellieren, ne? Aber guckt mal, wie es sich auch wieder glatt gezogen hat. Das ist so toll. Die Gele sind wirklich super. Auch toll für Anfänger, die einfach am Anfang streichen wollen. Streicht ihr dann zwei bis drei Schichten auf. Es ist einfach so einfach. Es ist so einfach. Es ist wirklich toll. Und die sind mega... Also es ist schon sehr nah an Acryl. Wenn es nicht schon genauso wie Acryl. Aber da sind die Brush & Go noch mal eins härter. Also ich würde sagen, sehr nah ran an Acryl. Von der Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit. Richtig, richtig toll. Und lasst euch bitte nicht immer erzählen, dass man für jeden Nagel ein anderes Gel braucht. Ich kann nur sagen, früher gab es nur Acryl. Und dann gab es eine Sorte Gel. Und das ging auch für alle. Also bitte lasst euch da nicht immer verunsichern. So. Hier ist es so, wie es wäre, wenn ihr es streicht. Ihr seht das gerade. Das bewegt sich, wenn man streicht. Gar nicht, ne? Ihr seht hier noch die Pinselstreifen. So. Das streicht ihr auf. Und dann wartet ihr so kurz. Guckt mal. Und schon ist es glatt. Keine Pinselstreifen mehr. Auf einmal sieht man nichts mehr. Und dann kann es unter die Lampe. Also wie gesagt, das ist ein bombastisches Gel. Seit Ewigkeiten erfolgreich. Ach. Einfach schön. Natürlich haben wir von der Linie auch zwei Cover. Da ist übrigens noch was zu zu sagen. Die haben einen minimalen Säureanteil. Ne? Also der ist minimal. Aber er ist da. Für viele hoffnungslose Fälle oftmals das letzte Bild im Mittelhofersteil. So. Das Silky Rose. Ja. Auch seit Ewigkeiten ein Bestseller. Es ist total beliebt. Weil das einfach so ein fluffig süßer Rosé Ton ist. Der so einfach ganz toll ist. Das ist wirklich so, so schön. Und deswegen. Ja. Wenn ihr das bei der Kundin einmal auftragt. Weil ihr vielleicht mit einem Clear Gel arbeiten wollt. Oder mit Glitter reicht das auch. Denn das auf dem Nagel ist das echt total deckend. Und hier wäre es nochmal, wenn ihr jetzt einen Aufbau gemacht hättet. Ich habe jetzt einfach nur eine dickere Schicht drauf geklatscht. Damit ihr seht, wie. Es geht ja nur, damit ihr mal die Gele so richtig seht. Das gleiche. Gleiche Konsistenz. Gleiche Art. Ist das Candy Rose. Nur das hat ein paar mehr. Minimal mehr bräunliche Anteile drin. Aber nur minimal. Ihr könnt das jetzt hier schon sehen. Und dadurch wirkt es wirklich auch wie so ein Candy. Ne? Es ist so wirklich, wirklich. Ja. Es ist ein bisschen. Ja, wie soll man es sagen? Naja. Eben anders. Ihr seht es. Es fehlen gerade die Worte. Ich kann es gar nicht erklären. Hier seht ihr jetzt nochmal. Da könnt ihr den Unterschied jetzt schön sehen. Wir versuchen halt immer alles abzudecken. Und die beiden sind absolute Bestseller. Auch schon seit Jahren. Und werden natürlich auch nicht aus dem Sortiment gehen. Ja. Und aus all diesen Tiegeln mache ich natürlich auch wieder Quality Check Tiegeln. Die vergünstigt in den Shop kommen. Denkt dran, die sind immer schnell weg. Gestern bei den Brush & Go. Ja. Die waren immer innerhalb von ein paar Minuten weg. Das ging ratzfatz. Wie gesagt. Es ist immer so eine Sache. Ob es die Leute mitkriegen oder nicht. Wenn sie es mitkriegen in unserer Facebook-Gruppe, gebe ich das natürlich auch bekannt. Ja. Dann ist das natürlich auch meistens schnell weg. Es sei denn, es ist Urlaubszeit. Obwohl die ist ja jetzt auch. Ja. Jetzt kann ich nur noch sagen. Wem es gefällt, der bestellt. Schönes Wochenende, ihr Süßen.